Ja und hi, herzlich willkommen zurück hier bei Mural Forge und nicht wundern warum ich jetzt gerade ein Stück zurückgegangen bin. Ich wollte es gerade eben anmoderieren und da kam irgendeiner von den beschissenen Kultisten und hat mich erstmal kalt gemacht, deswegen... Alter, wir haben bloß noch 18. So, das war vielleicht ein bisschen Überleben, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das gegen die helfen wird. Ich glaube eher nicht. Der kam auf jeden Fall gerade an, gerade mal gucken, ob das wieder der Fall sein wird. Okay, war nicht weit genug. Bist ja der da gewesen sein, ne? Können wir mal gucken. Nee, das bricke ich. Ah, scheiße, genau deshalb. Vielleicht hat er auch bloß die Lampe gesehen. Ich weiß, er ging dann auch nicht weiter. Deswegen, ich gucke mal, ob ich hier durchrennen kann. Da kommt der nächste, aua. Was ist das für eine Kacke, Mann? Also ich meine, ich kann die ja nicht mal übergehen oder so. Da kommen die nächsten, aua, aua. Scheiße. Verlaufen. Ähm. Was für eine Kacke, Mann. Ich meine, ja, wir sind... Äh. Tada. Ähm. Wie soll ich denn da jetzt weiterkommen? Ich meine, die kommen ja sofort an. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sind doch das Licht. Äh. Äh. Ja. Nehmen wir mal, wo ist hier? Ach komm, leck mich doch fett, Alter. Jetzt kommt der schon angeschissen. Okay. Ja, dankeschön. Ach. Oder ich muss halt bloß den richtigen Weg finden. Ich hab aber ein bisschen das Gefühl, dass ich das hier nicht überleben kann. Hier sind halt so viele von denen. Wie soll ich denn die umgehen? Ich hab die Aufnahme gerade erst angefangen. Ah, wenn der sofort angeschissen kommt. Ich meine, mich hier nochmal umzusehen oder so, das wird ja, glaube ich, eine Springzwecks... ...zwecks... ...Medizin oder so. Also, da bräuchte ich ja einiges von. Hat eine doofe Kacke, ey. Hier vielleicht manchmal... Ne, hier lag, glaube ich, schon das, was wir haben. Da komme ich sowieso nicht mehr durch. Ja, wie so... Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Außer... Der kommt ja schlecht schon wieder. Oder? Okay, er kommt zumindest nicht rein. Aber das bringt mir auch nicht viel, weil er hat mich hier eh schon auf den Kieker. Das sind halt so viele, Also, entweder müssen wir auf Devil's Road oder zumindest so dem Erschon-Hangar. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit von denen gejagt... ...gejagt werde... Ha! I don't know. Go. Kann ich hier rüber? Ne, kann ich nicht. Toll. Da kommt der Nächste, der mich erwischt. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt gerade wieder den gleichen Weg. Wenn der sich automatisch erholen würde, würde es ja gehen. Bescheißen kann ich hier auch nicht, ne? Ach, komm, Alter! Nein, 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 Mann! Warum würden wir gleich zwei? Ach, komm, Alter! Hier sind ja noch mehr! Vielleicht bloß den richtigen Weg finden, aber das wird jetzt Ewigkeiten wahrscheinlich dauern. Dementsprechend würde ich hier einfach erstmal Cut machen und dann, ja, wenn ich den finalen durchlaufe, bis wir dann irgendwo safe ankommen, mal reinschneiden. Scheint ja einige Stellen zu geben, wo man sich dann hinhocken kann, aber die sehen den halt übelst schnell. Also, ja, also ich wüsste jetzt erstmal nicht, wie ich hier weitermachen sollte, außer vielleicht den richtigen Weg finden. Dementsprechend, ja, bis gleich. Und dann, ja, bis gleich. Es ist die Wissenschaft von diesen Visions. Eine, die herausgefunden hat, dass Erljord unter der Influenz der Lamastu war. Was hat mit ihr passiert? Hi, da bin ich wieder. Ja, anscheinend bin ich dann doch irgendwie den richtigen Weg gegangen. Zufällig. Jane, es ist so schön, dass du da bist. Du siehst sehr Angst. Wie kann ich dir helfen? Äh, ach so. Ich will erstmal gucken, wie viel. Alter, 8% eh. Noch eh einen Schlag und wir werden am Arsch gerufen. Und du bist sicher, dass du diese Theorie nicht? Das ist gut. Wir wollen nicht anfangen. Hör, Jane. Ich verstehe. Aber wir müssen 100% sicher sein. Ich gebe dir etwas, um zu helfen. Und dann morgen, ich versuche, wir kommen zu dem Grund. Mr. Eldred. Es ist fertig. Sie wird nicht mehr ein Problem sein. Das hat eine große Linie für mich, Jacob. Das wäre besser wert. Also wir haben für unsere Forschung eigentlich alles aufgegeben. Also was heißt alles aufgegeben, aber... Für die Forschung haben wir sie getötet zugesehen. Ich würde nie wieder so träumen. Mein Quarri. Mein Champion. Du hast mir fast wieder geholfen. Ich habe das, was du begonnen hast. F*** dich! Ich habe es mit deinen Spielen gehabt. Ich kann nicht verändern, was ich getan habe. Aber ich kann versuchen, dass ich das fixieren. Ich komme für dich. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin. Wenn die Typen jetzt hier nochmal kommen. Oder irgendwelche Viecher. Und ich nicht genug Painkiller kriege, bin ich zu hinterm Arsch. Ich folge jetzt einfach mal hier den Bögen und so. Ach nein. Das geht ja schon wieder los mit diesem komischen Geräusch. Okay, es hat wenigstens gespeichert. Fahren wir jetzt runter? Anscheinend ja. Warte mal. Gerade noch so ein riesen Viech. Beruhig dich, Junge. Ist nicht da. Das hat nämlich ein bisschen an Deadly Proposition, um ehrlich zu sehen. Och, Menno. Wo zum F*** sind wir hier? Sind wir da beim Airshore-Hungar? Ich bin mir halt nicht so sicher. Yay. Da können wir wieder zurückreisen. Das Problem ist bloß, ich... Es wäre halt schön, wenn man startet und neu lädt, dass man wieder viel Gesundheit hätte. Oh ne, 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 ne. Waren das nicht die unsichtbaren Viecher? Alter, gib mir doch mal bitte, bitte Schmerzmittel, Mann. Was ist denn F*** ist mit dem Stein hier los? Was ist denn F*** ist mit dem Stein hier los? Ist das so ein Kultist? Ach ne, hier ist eine offene Tür. Ach, ich wollte gerade sagen. Irgendwatt. Irgendwatt. Painkiller. Oh, das ist ja einfach eine Strinne. Und dabei lief es zwischenzeitlich halt so gut, ne? Kann hier nicht im Krankenwagen irgendwas rausgefallen sein? Kann ich auch nicht aufmachen. Hallo, jetzt ist der Spiegel da oben, da komme ich halt auch noch nicht wieder zurück. Na gucken, wir werden auf jeden Fall, sobald irgendwas kommt, instant sterben. Okay, das... Oh, warte mal, sind... Sind wir schon bei Mirror Forge? Dann sind... Okay, ging jetzt doch schneller, wie ich dachte. Ein Schrein von Lamashtil. Es sieht aus, dass die Löhren geflogen sind, um das Symbol zu formen. Aber einige davon sind verloren. Okay. So. I hope we can finish the ritual and open the gate to Gorbel. Okay, also sind wir doch noch nicht bei Mirror Forge. The monster attacks have increased. The cult of Lamushu suffered heavily... Da kommen die hier ran, Alter. Cazultis. Damn, I wish we had more time. Three severed limbs are required to be placed on the stone. Okay, drei Sachen müssen auf den pedestal. In the form of Lamushu's symbol to summon her wrath. I've been informed that three severed arms have been left in the hangar when the cultist ambushed the military team. If I manage to bring those limbs to the altar, we will be able to break through the gate and proceed to Gorburg. Okay, super. Heißt also im Endeffekt, wir sind hier noch beim Hangar. Dann erst nach Gorburg und dann zum Mirror Forge Projekt an sich. Wir müssen aber drei... Hallo? Drei Arme finden. Ähm... Och, Moment. Ich will da nicht rein. Okay, da sollte ich auch nicht reinlatschen. Ich bin halt bei allem, was ich mache, instant tot. Und ich mache ständig Caps Lock an. Das geht mir gerade so auf den Sack. Ja, ja, ja. Das kennen wir ja schon. Hm. Okay, da schwuggelt es rum. Toll. Okay. 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 Ich schätze mal, ich muss da hinten hin, wo es leuchtet. Jo. Nimm den Arm, Alter! Warum hat der den scheiß Arm nicht? Achso. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Scheiße. Stimmt, ja. Ich will den halt immer mit linker Maustaste aufnehmen. Ich muss das Ding rausbringen, ne? Okay, das scheint mir aber ein relativ safer Weg zu sein, dass ich dem Ding nicht... ...hentgegenkomme. Denn... Okay, ich lege es erstmal hier ab. Okay, so wie der Gefallen ist, muss ich den wahrscheinlich auch da ablegen. Ich denke mal, ins links, ins rechts und der andere Arm wird irgendwo in der Mitte sein. Oh. Noch geht's. Das Geräusch ist halt so widerlich, ne? Okay, das ging. Ehrlich zu sein. Können die nicht irgendwo Painkiller sein, Alter? Aber gut, war jetzt... Weil... Dadurch, dass das Viecher anscheinend nur in der Mitte rumlatscht, war jetzt einfacher wie gedacht. Ja. Jetzt kann ich's so aufnehmen. Äh... 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 Oder die Steuerung. So. 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 Ich wollte gerade sagen, dass man sich manchmal nicht bewegen kann. Was war denn das jetzt gerade für eine Alte? Nicht ruckeln. Und bitte keine Kultisten. Alter, das sind nirgendwo Painkillers. Ich habe aber irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Tante vielleicht uns oh nee, wirklich braucht. Damit wir irgendwas für sie, also damit sie ihr Dings da damit sie irgendwie freikommen kann, so. Alter, mach hin, Mann. Shit. Shit, 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 shit. Alter, warum? Oh, ich wollte gerade sagen, hier ist eine kleine Kante. Wenn wir auf Nummer sicher zu gehen. Scheiße, den habe ich wohl vergessen. Ach, Dreck, Alter. Das haben wir hier keine Pillen, Alter. Ich hätte gerne mindestens... Ich würde gerne vier Dosen auf EMA finden. Das wäre schön. Dass wir nicht gleich instant immer wieder sterben, ey. Deswegen wollte ich hier eigentlich kicken, aber... Da ist nicht... Hä, das kommt ja wieder zurück! Alter. Das hätte ich jetzt nicht so auf dem Sturm gehabt. Wo ist es denn jetzt? Kommt das nochmal? Das ging ja bloß bis hier hin. Komischerweise. Ach, lol, hier kommt... Nicht mal hier. Man, hier ist eine Pharmazie, Alter. Hier wird es doch wohl... Toll. Die auch noch. Mich nervt das so, dass, wo ich durchs Haus gerannt bin... Oder durch diese Kirche da... Bin ich ja in so einem eben Astausweis hin geblieben. Toll. Das ist halt die... Oh, nee. Nee, warte. Hallo, nimm das Ding ja nochmal raus. Dass ich da unnötigerweise... Dings verschwendet habe. Ja, da kommt die Armee an. Nein. Nein! Oh, nee, leck mich, du Kackviech. Nein! Warum können die nicht alle auf Wemmer kommen? Ich weiß schon jetzt, dass mit dem Dauer auf den Gesterbber... Das wird mir so auf den Sack gehen. Spiel gib mir Medis! Mano. Achso, das kommt doch um die Ecke gescheißert. Hier haben wir aber nicht irgendwie zufällig was, ne? Jetzt habe ich mir zu viel Zeit gelegt. Ach, leck mich. Doch, ich hoffe ja, ich bin schneller wie das Ding. Und ich renne da jetzt einfach mitten rein. In der Hoffnung, dass ich rechtzeitig unser Ding jetzt zünde, damit ich dran vorbeilatschen kann. Und ich habe nicht alle erwischt. Scheiße. Bin ich hier überhaupt richtig? Weil da ging es nur noch links rum, glaube ich. Oh, nee. Was seid denn hier? Okay, das hat funktioniert. Ähm. Und du? Oh, nee. ICE bist du? Von allem. See. Ich bin mir. das. groovecoder Hadi. arribe. sh fout? just pull. Un�. Sie bin.